so und damit hallo und herzlich willkommen hier zurück bei let's play minecraft ja in der letzten folge haben wir sehr viel erz gefunden wir haben eisen bekommen wie versprochen werde ich jetzt werde ich jetzt schon mal anfangen steine zu schmelzen das wird ein bisschen dauern und wir es wird nacht toll ja ich wollte jetzt eigentlich losgehen aber da genau wissen zeit haben wahrscheinlich die hühner füttern wobei nein lassen was die hühner können noch mal ausgebildet werden wir werden das jetzt auch noch überleben genau wir haben ja vor diese folge es ist doch nacht okay ist denn mal auch richtig früh schlafen also wir haben in dieser folge hervor und einen schönen platz für unser haus zu suchen genau das werden wir auch tun was auch mal noch was wäre was mir persönlich am herzen liegen würde und zwar ein bogen zu bauen oder von der höhle naja egal ich habe genug hühlen jetzt gesucht gesucht und besucht letzten folgen ich habe immer noch keine ahnung wo ich hin will ich berg wäre geil aber das ist halt so blöd zum hochkommen zum bauen durch lieber hier so ein anhöhe so ein schönes domiziel mit blick in die landschaft ich glaube das machen wir doch hier so wir haben hier ein schöner blick in die berge wir haben klick in die weite landschaft wir können überall dann hin wir haben höhlen in der nähe wir haben unser dorf in der nähe doch das wäre es so jetzt muss ich noch wissen wie groß ich es haben möchte also das haus wird schon arg groß so ist zumindest mal die idee ich zieh mir so eine art grundriss ja ich geh jetzt mal hier rüber wenn dann muss ich ja eh aufwählen können wir jetzt auch noch einen keller bauen jetzt erstmal außenrum nur dass wir mal so einen groben riss haben muss ja nicht betreiben ich gehe mal ein bisschen in die andere richtung okay ich muss definitiv erde holen wir gehen auch weiter darüber so wie gesagt mache ich mir ein grundriss erstmal dafür brauchen wir erde aber wir haben natürlich viel erde und ja einfach dass man so einen groben plan haben wie es denn um unser haus stehen soll so viel erde haben wir ja gar nicht klasse freut mich so ein scheiß alles klar dann würde ich sagen wir gehen jetzt erstmal erde sammeln also ein bisschen infrastruktur verändern ich meine schaufel haben wir ja also ich weiß nicht wie groß ich alles machen möchte also zwei stockwerke auf jeden fall in keller auf jeden fall vielleicht drei stockwerke einen doppelten keller glaube ich jetzt eher nicht früher habe ich als im keller noch geht und alles gab aber wir haben hier im dorfe Ja, da haben wir eigentlich viele Bäder. Okay. Ja, eben. Das ist ja ein bisschen mehr als ein Stack, das passt. Okay. Ich mach da oben jetzt erstmal die Breite klar. Wir haben... Ja, doch. Die Breite geht schon fast. Ich mach da noch die drei dran. Dann haben wir unsere gewünschte Breite, sag ich mal. So. Gut. Das ist die Breite, die das Haus haben soll. Das ist schon mal sehr gut von der Größe her, würde ich sagen. Wir machen. Mhm. Ähm. Ich bin mir nicht ganz sicher. Doch ich glaube, es geht noch eins weiter. Und wenn nicht, dann halt nicht. Ähm. So in etwa. Ja, das reicht auf jeden Fall. Das ist ja schon riesig. Das ist schon riesig. Das ist zu groß. Okay. Wir machen so. Das wird unsere Hausgröße. Schon mal gut, wenn wir hier den... ...den großen Plan hier festgelegt haben. Na? So, dann... ...machen wir unseren Grundriss. Ich fülle natürlich dann auch alles auf, weil sonst sieht es gar Kacke aus. Okay, wir brauchen definitiv mehr Erde. Füllen dann hier alles auf, damit es so eine Art Hügel wird. Wir lassen es dann auch naturell aussehen, sag ich mal. Klar, das wird dann alles erstmal braun sein, bis das Grün wird, dauert es. Ja, aber... Na? So. So, wenn wir einen Umriss haben. Einmal. Dann zweimal, dreimal. Natürlich genau den einen jetzt falsch gewünsetzt. Und zack. Okay, also das wird schon... Ja, das ist fast sogar recht, würde ich sagen, aber nur fast. Und jetzt gehe ich mal Erde sammeln. Aber natürlich nicht hier, weil sonst tue ich hier gerade die schöne Landschaft auch und zerstören. Oder wenn es eine Hülle... Die habe ich vorhin schon gesehen, ich weiß. So, dann sammeln wir mal das Graf. Erde ganz graf. Einmal dann... Hunde machen komisch, aber da unten sind dann auch Zombies. Ja. So, langsam. Aber sich also zwei Stacks brauchen wir denke ich schon. Und haben natürlich jetzt keinen. Na ja, klar. So, gut. Dann machen wir es klassisch. Machen einfach noch die eine... Die eine Schaufel machen wir komplett weg. Wenn wir die weg haben, haben wir genug Erde. Weil nicht Erde kann man immer so brauchen. Die werden wir schon groß werden, denke ich. Wenn, dann ist es zu viel Erde. Hopp ich. So. Der Vorder ist der holzsicher wieder. Das wird alles wieder grün. Dann haben wir wieder eine schöne... Papistig! Schöne Landschaften und alles. Mit lieben Tieren. Deinen Weg stehen. Yay. Ja, genau. Dich meine ich. So. Hm, hm, hm. Hier hin. Du Schwein, nicht würde da weggehen. Sonst glaube ich dir dein Podest... Also ich glaube es dir so oder so, ob du da jetzt runtergehst. Ah, okay. Erst runtergehst du. Perfekt. Man weiß halt, was gut für ihn ist. So. Ja. Ja. Erde, 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 Erde. Machen wir gerade hier weiterkommen. Ich freue mich jetzt 10.000 irgendwo hin. Bisschen Content müssen wir erwähnen. Heute sammeln wir halt Erde. Das gehört dazu. Wenn wir schon auch eine komische Hügel bauen wollen, der ist zu klein für unser Frosch, die grünische Größe ist, müssen wir halt den Hügel erweitern. Aber wenn wir ihn erweitern wollen, brauchen wir natürlich Erde. Das ist ja logisch. Weil ohne Erde kannst du keinen Hügel in Minecraft erweitern. Wenn du Stein nehmen, aber Stein ist einfach auch zu schade. Okay, wir haben ja, okay. Das sind fast das sind über zweieinhalb Stacks. Das müsste reichen. Wenn das nicht reicht, weiß ich auch nicht mehr weiter. Ich glaube, das reicht sogar nicht. Also für einmal außenrum reicht, aber naja. Wir haben Steine, wir haben Holz, wir können uns noch ganz viele Schaufeln bauen. So, dann mache ich mir noch eine Eisenschaufel, aber dafür ist mir echt so schade. Wir machen es erstmal außenrum und dann füllen wir die Zwischenräume auf, sozusagen, wie beim Zahnarzt. Erstmal die Füllung, nee, Quatsch, erstmal außenrum sauber machen, beziehungsweise außenrum eingreisen und danach kommen wir die Füllung. Und da ist eben mein Enderman. Ne, reicht noch nicht. Jetzt reicht's. So, da haben wir unser Gebiet und da wird jetzt überall aufgefüllt und verschönigt. Das kommt weg, das kommt hin, das kommt weg. Natürlich aneinander vorbei, klar. Warum auch nicht? Okay, es geht bis dahin. Nein, es geht noch weiter. Bis hierhin geht's. Ja, okay, das wird definitiv nicht reichen, was wir in der Erde haben. Problem ist, es wird mal wieder Nacht. Der Tag merkt sich so schnell im Ende. Vielleicht lassen wir noch das mein Fenster, mein Fluchtfenster. Okay, dann gehen wir mal in die Hütte und essen was Schönes. Wir haben hier ganz viel Zeit, wir müssen es nicht jetzt mit dem Haus, wirklich. Deswegen lassen wir auch nicht viel und viel Zeit. So ein Podest, ja, das gehört ja dazu. Gut, wir haben einen Stein. jetzt den Nächsten dran. Rein damit. Wir essen mal was. Machen wir die Tür zu. Essen wieder was. Haben wir noch was zu essen? Da, wir haben sieben Äpfel. Ja, okay, das ist schon mal etwas. Ja, wir werden es noch, wir werden definitiv noch Schaufeln brauchen. Stöcke haben wir, Steine haben, okay. Ich mach mal einfach nochmal zwei Stück. So, dann können wir nachher auch schön in unser Haus gehen. Es wird Nacht in Palermo. Kennt das noch jemand? Nacht in Palermo? Im Frühjahr ist gespielt so ein, so ein, ja, Gruppenspiel. Ja, ich weiß, ich war zweitens Fernseher. Sorry, du Model. Ach, je. so. Ja, wir haben noch Kartoffeln. Die packen wir noch ein, weil es so viele Kartoffeln sind. Da müssen wir jetzt ein Geschiss drum machen. Alles klar. Ähm, ja, wir gehen noch weiter mit Erde auffüllen. Ich weiß, dass es nicht reichen wird, aber egal. Oder steht ein Zombie direkt darunter, natürlich. Entweder sind die Zombies schlau geworden oder hat einfach gerade Glück. Ich vermute eher letzteres. Ja, er ist nicht gerade gestorben. Schön. Freut mich. Verpiss dich, Schwein. So, das, das. Ich weiß, ich bleibe bei Daylight Schauer unter euch. Also bei mir, bei Daylight Schauer und auch bei keiner bei anderen weiß ich ja nicht. Die werden bald merken, dass es sich dem Ende zuneigt, wenn jetzt kein DLC mehr kommt. Das, also wenn das, wenn DLC noch mitten in die Sendezeit sozusagen fällt, dann denke ich, wird, wird, äh, Dings, werden noch Folgen kommen. Aber ansonsten, vielleicht mal irgendwann, so als, ja, hier, äh, Let's Show neue, neue Killer und so, dann, ist es halt so. Also, ja, ich werde, versuchen, dass ihr hier, das Maximum an Spielbarkeit des Spiels zu sehen bekommt. Vielleicht jetzt nicht unbedingt, weil ich so toll spiele, aber, ähm, halt einfach von den Charakteren her, deswegen mache ich das ja auch, damit man einfach mal, man sieht nicht so wirklich, was man mit denen alles machen kann. Man sieht, was die können, man sieht, ähm, dass man die leicht spielen kann, schwer spielen kann, man braucht ja auch Glück, man braucht auch Pech, je nachdem, wenn man einen guten Killer hat, dann hat man halt Pech gehabt, wenn man einen schlechten Killer hat, dann hat man Glück gehabt, hängt auch immer ganz davon ab. Aber, ja, das ist eine andere Geschichte und ein anderes Let's Play. So, okay, dann sammeln wir jetzt mal fleißig Erde. Ich würde gerade hier die oberste Schicht mal abarbeiten, dann können wir, oh ja, eine Rezeptur, klasse. Wir sammeln unsere Rezepturen so langsam. Unser Haus wird hoffentlich schön, aber, diese ganzen Dekoartikel, sozusagen, so, ja, ihr wisst ja, was ich meine. Das Ganze, was man zur Dekoration verwenden kann, das wird, glaube ich, das Schwierigere, dass man so, ich bin jetzt nicht gerade der Raumausstatter, da bin ich mal gespannt, wie am Ende unser Haus aussehen wird. Also, also jetzt echt mal, ne, so, ja. Ich habe mir schon einige Gedanken gemacht, so ein Pool mit, das kann ich in den Keller bauen, so ein Pool, so ein Pool im Keller, ein Pool im Keller. Ähm, ja, das ist eigentlich ganz nice. Und, ich komme mal rein, runter, dann Fackellicht, schön fließen, und dann Pool im Boden eingelassen. Ich glaube, das, ich glaube, das mache ich, das geht ganz geil. Das ist ein Nichtschimmerbereich. Ähm, je nachdem, äh, ein, ein, keine Ahnung, World Pool, ich weiß noch nicht, wie ich einen World Pool da machen soll, also, dass der halt auch sprudelt, das ist, ja, aber vielleicht mit einem Wasserfall, so, vielleicht noch eine Rutsche, man kann sich da ziemlich austoben. Ja, so, wenn wir das hier jetzt haben, brauchen wir noch die Blöcke, und dann ist es auch schon so weit, dass wir schon wieder einen Kack machen müssen. Die Zeit verklingt wie im Flug, wenn man sich amüsiert. Das ist echt so. Wahnsinn. So, wir haben es fast. So, noch die letzten Blöcke. die letzten Blöcke. Und, dann wäre es das. Also, unser Haus sieht voll aus wie ein Haus schon, muss man sagen. Also, ich glaube, jeder, den ich auf der Straße fragen würde, der wird eindeutig sagen, das ist ein Haus. und wer was anderes behauptet, ja, das sind alles Hater. So. Hier und hier. Okay. Gut, dann. Weiter, dass wir schön die Umrisse haben, sozusagen. Die ganze Erde, wo wir haben, können wir jetzt hier loswerden. Bei einem Haus, was nicht aus Erde gebaut wird, natürlich. Wo wir aus schön, oh, wir haben viele. Klasse. Wo wir aus, hm, oh, gut, dass ich mal hochgeguckt habe, ne? Wo wir aus Steinen zusammen zimmern werden. Vor allem Zimmern und Steinen, mein Gott nicht mehr. ja, mit Holzwänden und allem drum und dran, was man halt so hat. so, dann haben wir schon mal hier die Wandseite. Das ist, ah, unser Fenster habe ich schon links zugemacht, alles klar. Gut, dann, ja, ich mache noch die Erde dazu. Vor allem, auffüllen muss ich ja so oder so, da kann ich auch jetzt schon mal. Zack, 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 so langsam wird das doch. Ich habe da eine Riesenlücke. Okay, eine Riesenlücke ist jetzt etwas übertrieben, aber immerhin eine Lücke, ne? Ja, das sieht doch schon mal nach Apps aus, ne? Muss man sagen. So. Doch. Kriegen sogar noch die Wände, glaube ich. Also, die Umrandung, sozusagen. müssen halt noch auffüllen. Klar. Ja, wir haben die Umrandung. Sehr schön. Gefällt mir gut. Und dann wird jetzt aufgefüllt, oder? Okay, das war es dann. Ja, alles klar. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann gehen wir wieder Erde sammeln. Und bis dahin. Ciao.